Wie kann man Produkte gesetzlich schützen? Wie kann man Produkte gesetzlich schützen? Nun, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der weitreichende Schutz ist das Patent. Man kann das Produkt patentieren lassen unter bestimmten Bedingungen. Dann das Gebrauchsmuster, das ist das kleine Patent. Patent ist auch sehr teuer. Ja, Gebrauchsmuster ist deutlich günstiger. Das Geschmacksmuster, durch das Geschmacksmuster kann man nicht das Produkt, aber das Design schützen. Und dann gibt es noch den Markenschutz. Der schützt auch nicht in dem Sinne das Produkt, aber die damit verbundene Marke. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.